Hallo und herzlich willkommen zurück bei Seven days to die. So, wir haben alles glaube ich, oder? Mollys. Reparieren. Ja, 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 Munition. Das könnte man noch verkaufen. Ja, das könnte man noch verkaufen. Ja, das könnte man noch verkaufen. Box. Light orange shoes, okay. So. So. Ach, das ist ja genau das, was knapp wollen ist. Okay. Also reparieren. Stimmt. Egal. Stimmt. Und Stimmt. Ich bin mir ein, Schaden. Hätte jetzt noch keines mehr, das ist brav. Das heißt, es darf einfach nicht drauf gehen. Warum? Machen wir zwei. Okay. Just am 9000. Okay, das ist alles geht. Okay, dann würde ich sagen, geht's gleich los. Das war das, das war auch das, wo man nehmen kann. Die könnten wir vielleicht auch was probieren. Geschwindigkeit. Es geht los, da. Geogonics. 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 Dankeschön. Einer ist fertig. Geogonics. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so Ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Das war's. Well, ah, jetzt hat dieser Effekt auch. Was war das? Der springende Hund? 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 Das war's. Das war's. So, ich hatte dieses Mal gar nicht geschaut und Level etc. Das war's. Ah, mehr Nahkampfschaden. Das war's. So. Oh ja. Ja, freundlich mehr. Ah, ich schaue wieder aus. 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 So. Nachladen. Ich schaue wieder aus. 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 Da, komm hier. Das war's für heute. Ahem, hmm. Das war's. 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 But... Das war's. 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 Oh, shit. Oh, shit. Das war's. 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 Yeah. Level 73. Das war's. 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 Das war's.